hallo und herzlich willkommen hier im kanal zur gepflegten vermittlung königlichen wissens ich mache weiter mit meiner berichterstattung vom tatar stil masters und aus der fünften runde schauen wir uns die partie an zwischen lemon aronian und vincent keimer vincent bei minus 1 3 remis eine verloren gegen magnus carlsen ich hatte berichtet aronian vier remis bisher gehen wir direkt rein und beginnt hier mit e4 e5 springer f3 springer c6 laufer b5 spanische partie klassisch hier a6 laufer a4 kurz zu e4 e5 bei vincent vincent hat ja in den letzten jahren immer neidorf sehr viel gespielt ne sizilianisch neidorf oder auch caro kann jetzt hat er e5 auch in seiner repertoire aufgenommen ich denke das entspricht auch seinem klassischen stil passt sehr gut zu ihm aber ist natürlich neu für ihn muss er erstmal erfahrung sammeln springer f6 rochade laufer e7 und hier spielt aronian nicht turm e1 den hauptzug sondern d3 das ist hier der zweite zug dem der zweite hauptzug in dieser stellung sofort den bauern die bauern decken allerdings das ein bisschen langsam jetzt in der hauptvariante möchte man ja mit weiß nach turm e1 mit c3 d4 spielen ups c3 d4 in einem wieso kriegt das nicht in den geraden fall zu machen c3 d4 wenn man d3 spielt ist es natürlich ein bisschen langsamer ok es geht weiter mit b5 läufer b3 d6 schwarz deckt den bauern e5 und jetzt droht strategisch so ein bisschen hier springer a5 den weiß für den läufer zu tauschen dementsprechend spielt weiß in dieser stellung fast nur züge die dieses springer a5 abschwächen sowas wie a3 wurde hier häufig gespielt ein rückzugsfeld zu schaffen für den läufer oder a4 oder auch laufer d2 habe ich auch schon gesehen hier in dieser stellung laufer d2 finde ich allerdings etwas unnatürlich lebron spielt hier c3 macht ein rückzugsfeld hier für den läufer frei es geht weiter mit rochade normaler zug hier in dieser stellung gibt es schon viele züge die gespielt wurden turm e1 h3 springer bd2 der armenische großmeister der allerdings inzwischen in den usa lebt und auch für die usa startet spielt hier läufer c2 geht freiwillig schon zurück nach c2 mit dem läufer obwohl er gar nicht angegriffen ist deckt aber den bauern e4 und seine idee ist vielleicht jetzt hier d4 schnell zu spielen entsprechend diesem zug der an dieser stelle vielleicht sogar neu ist ich habe in der datenbank bei der zug folge natürlich gibt es ja auch ein bisschen zug folge problematiken es kann über zukunftstellung natürlich eine partie entstehen die schon mal gespielt wurde eine stellung entstehen die auch gespielt wurde weil läufer c2 mit sicherheit in vielen partien vorkam dachte jetzt trotzdem winzend elf minuten nach in dieser stellung spielte turm e8 turm e1 h6 ganz typische züge für solche strukturen springer bd2 aronian verzichtet hier auf h3 die ganze zeit spielt das ein bisschen ungewöhnlich auch vor allen dingen mit diesem frühen läufer c2 zurück und er spielt auch gar nicht d4 jetzt zu diesem zeitpunkt an dieser stelle ist es sehr interessant mit schwarz hier d5 zu spielen das zentrum zu besetzen der läufer steht halt nicht auf b3 und nach e schlicht d5 kann man mit der dame nehmen und der bauern e5 ist gedeckt das ist möglich hier warum nicht und der läufer kann nicht nach zurück nach b3 weil d3 hängt also man hätte hier d5 spielen können das ist sehr interessant und dann eventuell sogar läufer f5 wieso nicht den d3 attackieren ganz konkret kennt man aus der italienischen partie wenn es möglich ist den zentralen vorstoß zu machen entweder mit weiß oder mit schwarz das ist immer ein kandidat aber winzend verzichtet er spielt läufer f8 geht zurück macht die sicht frei für den turm hier d4 damals schwarz hat nicht d5 gespielt jetzt weiß d4 besetzt das zentrum der e4 ist ja auch dreimal überdeckt das heißt dieses ed4 cd4 bringt nichts der e4 kann nicht geschlagen werden jetzt dachte wenn es in weitere 14 minuten nach spielte läufer b7 entwickelt den läufer hier über zukunft stellung haben wir jetzt eine stellung erreicht die auch schon gespielt wurde zum beispiel eine partie zwischen den wandschuk und einem ungarischen großmeister das spielte iwanchuk h3 hier ganz ruhig da ging es weiter mit springer b8 so typisch wie im breyer system breyer variante da hatten wir die partie rövers gegen lamin da warten wir die breyer variante auf dem brett spanische partie da geht der springer über d7 wird umgruppiert c5 das ist hier der plan oder auch d5 wenn der springer auf b8 steht interessanterweise hier ist auch d5 möglich hier weil das von vielen figuren unterstützt wird ganz ganz interessant muss sagen auch nian spielt sehr sehr mit sehr viel selbstbewusstsein hat er gespielt die partie insbesondere in eröffnung er spielt sowieso generell relativ schnell denkt dachte hier gar nicht für seine züge groß nach und spielt nach relativ schnell hier d5 sichert sich sofort den raumvorteil im zentrum allerdings ist das zwiespältig hier das ist nicht so klar der springer geht zurück nach b8 und in dieser stellung möchte weiß sein seine kette halten im zentrum und spielt b3 die idee ist mit c4 hier eine schöne kette aufzubauen und schwarz attackiert jetzt diese bauernkette mit c6 gleich gleich er hätte es sofort machen können man kann hier sofort c6 spielen wieso nicht der springer muss nicht zuerst nach d7 c6 c4 und dann halt a5 mit der idee a4 wir werden das in der partie sehen das hätte schwarz auch sofort machen können ohne springer bd7 aber vinzen spiel zuerst springer bd7 bringt zuerst ein springer in stellung und nach c4 kommt c6 springer f1 die typische umgruppierung des springers der soll nach g3 vielleicht nach e3 macht den weg frei für den läufer a5 stark gespielt hier schwarz möchte mit a4 diese ganze kette attackieren damit weiß nicht den raumvorteil gratis bekommt schwarz möchte sich auch ein bisschen entfalten am damenflügel und raum schaffen gerade diese speerspitze hier d5 sorgt ja dafür dass weiß im zentrum mehr raum hat und das schränkt natürlich die schwarzen läufer ja auch eine der läufer der schwarze hier guckt nur auf sein bauern d6 der läufer auf b7 schaut nur nach d5 beißen so ein bisschen auf granit der weiß feldige läufer von weiß ist natürlich auch keine pracht schaut so ein bisschen auf sein e4 die läufer haben generell natürlich probleme wenn die stellungen so geschlossen sind wie hier also da sind die springer natürlich quirliger es geht weiter mit läufer e3 nach 16 minuten vorher hatte ja relativ schnell gespielt und jetzt dachte er 16 minuten nachspiel läufer e3 interessanterweise hätte man jetzt mit springer g4 hier auch sofort den läufer attackieren können und fragen so was machst du mit dem läufer eigentlich der würde wahrscheinlich nach c1 zurückgehen dann könnte man wieder springer f6 zurückgehen und sagen okay wir wiederholen erstmal die züge und guck mal lass dir mal was neues einfallen aber vincent greift den läufer gar nicht an er spielt a4 das ist ein plan hier es geht weiter mit h3 verhindert springer g4 jetzt und jetzt kommt hier nach a3 jetzt kommt ein abtausch hier a3 turm a1 dame a1 und jetzt dame c7 sehr gut gespielt der turm soll rüber nach a8 um die a-linie zu erobern sehr logisch gespielt turm c1 stellt den turm auf die c-linie turm a8 dame b2 und jetzt hier dame a5 das sieht alles sehr gut aus was hier schwarz macht er hat nämlich die a-linie erobert das ist die einzig offene linie auf dem brett das ist immer gut ein schönes plus es geht weiter mit springer g3 der liebäugelt so ein bisschen mit springer f5 wobei man sagen muss der würde dann schön da stehen aber würde auch nichts drohen und auf der anderen seite hat schwarz vorteil so langsam b4 weiß hat so ein bisschen raumvorteil im zentrum aber schwarz sichert sich raum am damen flügel vor allen dingen sicherte sich auch dieses feld a3 hier eventuell mit der dame da einsteigen das feld c3 wird kontrolliert das sieht gar nicht so schlecht aus es geht weiter mit springer e1 es wird viel laviert in solchen stellungen die nicht so offen sind der springer soll nach d3 hier sprach nichts gegen c5 das totale abriegeln hier der stellung das deckt insbesondere den bauern b4 schönig weiß hat eine schöne kette aber auch schwarz hat eine gute kette linie und vor allen dingen schwarz kontrolliert die a linie er könnte dann auf a3 oder a2 einsteigen ein weiterer eine weitere idee ist auf dem anderen flügel aktiv zu werden g6 h5 könig a7 läufer h6 eventuell diesen schwachen läufer abzutauschen gegen den läufer e3 der läufer auf f8 ist schwach weil er natürlich hier überhaupt keine betätigung hat alle bauern stehen auf schwarz hier und es ist gut den loszuwerden weil er nicht aktiviert werden kann vernünftig also über h6 tauschen also hier würde ich fast schon lieber mit schwarz spielen wenn ich ehrlich bin stattdessen kam springer c5 verständlich ist auch okay der springer steht gut hier turm d1 springer fd7 ja hier gibt es es gab in den zügen davor und auch jetzt gibt es immer noch diese idee mit h5 zu spielen hier sehr interessant aus meiner sicht hier die idee g6 könig h7 läufer h6 das ist eine idee eine weitere idee ist eventuell h4 den springer hier zu vertreiben vorher allerdings g6 h4 zuerst springer f5 dann würde der bauer hängen den könnte man nicht so gut verteidigen vielleicht zuerst g6 und dann h4 oder könig a7 läufer a6 hier gibt es viele ideen für schwarz stattdessen springer fd7 springer f5 jetzt wird es ein bisschen konkret da ist so ein bisschen das problem jetzt weiß droht auf c6 zu schlagen und dann eventuell auf d6 das muss man verhindern deswegen spielt schwarz c schlicht d5 hier dachte levon ein bisschen länger nach ob er mit dem e oder mit c bauern nimmt aber es ist richtig an dem e bauern öffnet hier die diagonale für den läufer der guckt jetzt nicht mehr nur noch auf seinen bauern läufer c8 zurück hier muss man beachten g6 geht hier nicht weil h6 einmal angegriffen muss läufer c8 zurück läufer d2 greift hier den bauern b4 an springer f6 zurück springer g3 ja läufer e5 wollte weiß offensichtlich nicht zulassen deswegen geht er zurück läufer e7 dieser zug gefällt mir nicht so sehr ich finde schwarz hätte im hier g6 spielen sollen es ist auch sehr logisch so zu spielen h5 könig a7 war f6 ist weiterhin eine idee eine weitere idee ist eventuell den springer weg zu ziehen von f6 und vielleicht sogar f5 wobei ich glaube dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist aber das gibt sehr viel dynamik plötzlich wenn ich den springer wegziehe dann f5 dann habe ich sehr viele bauern im zentrum auch mit schwarz und es gibt dynamik viele hätten so gespielt denke ich also g6 erstmal finde ich sehr sehr logisch er spielt stattdessen läufer e7 aber der läufer tut hier nichts gut es gibt eine weitere ideen läufer zu aktivieren und zwar über d8 b6 hier auf der diagonale springer d3 weiß tauscht den springer ab springer d3 läufer d3 jetzt ist der eine springer weg jetzt sind wir mal den anderen springer über d7 nach c5 führen können da sprach eigentlich nichts gegen na das wäre gut gewesen stattdessen läufer d7 der läufer steht da nicht besser als auf c8 in die richtung nach a4 gibt es nichts ok läufer f5 hier gab es einen starken zug da mit c1 da sind aber schwierige züge also schwierig dazu selbst nicht aber das zu bewerten es gibt hier manche varianten wo weiß auf h6 reinschlagen kann und dann nachsetzen weil die läufer hier natürlich auch schön in die schwarze stellung schauen aber gut er spielte läufer f5 würde gerne den läufer tauschen den könnte man tatsächlich tauschen wieso nicht g6 hier aber g6 ist komplizierter zug das ist ein computer zug läufer d7 springer läufer h6 ein bauernopfer dama a2 mit gegenspiel das ist eine variante wo schwarz endlich auf der a linie was machen kann dama a2 turm a2 der b3 ist sehr schwach hier springer c5 turm b2 hier muss weiß schon sehr genau spielen läufer d2 turm b2 laufer b4 turm b3 und hier hat schwarz gegenspielen sein turm ist aktiv und nach läufer a5 kommt der springer nach c5 und er hat hier aktive figuren f5 e4 lugt hier rein könig f7 also einiges an gegenspiel für schwarz aber eine variante ja man spielt hier nicht g6 und opfert den h6 da kommt man nicht drauf ok stattdessen laufer e8 er will den nicht tauschen laufer b1 zurück idee dame c2 eventuell irgendwie sowas machen laufer d7 zurück f4 und damit c2 ist hier stark in die stelle da reinschauen hier droht eventuell irgendwann mal springer h5 oder springer e4 eventuell auf der diagonale was machen aber f4 weiß eröffnet eine neue front greift den e5 an hier gab es einen schönen gegenschlag dame a3 die dame attackieren ist nicht so leicht wenn weiß tauscht dann hat schwarz hier plötzlich einen starken freibauern diese stellung nach fe5 d5 ist super interessant weiß hat hier eine krasse kette aber schwarz verfügt hier über wegen des freibauern über gegenspielen läufer a2 turm b8 und das ist hier wie gesagt mit gegenspiel für schwarz nur der läufer kann vielleicht nach c5 ja e4 vielleicht es gibt gegenspiel ok da mal drei nicht gespielt es kann turm e8 turm f1 warum nimmt hier weiß nicht raus auf e5 zweimal f5 d5 dame e5 verliert das wäre ein riesen fehler wegen läufer c5 schach und hier ist geht die dame verloren stattdessen turm f1 läufer d8 strategisch ist das richtig läufer d8 ich weiß nicht warum ich hier ein rufs fragezeichen hingemacht habe fragwürdig da scheitert das in konkreten gründen wahrscheinlich klar schwarz deckt den bauern und bereitet laufer b6 auch vor da sieht eigentlich super logisch aus f schlicht e5 entschuldigung klein frosch im hals dame c5 schach könig a2 und hier turm schlicht e5 läufer e4 turm e8 zurück ich habe vergessen die ganze zeit die bewertung den bewertungsbeug an zu machen fällt mir drauf sorry ich mache ihn wieder an ich mache dann turm e8 und hier dame d2 hier muss man mit läufer h6 rechnen sehr gefährlich und jetzt verteidigt sich vincent extrem stark hier in dieser phase er findet h5 bester zug damit weiß da nicht reinklatscht läufer g5 ein guter zug in dieser stellung hat weiß wahrscheinlich eine gewinnstellung wenn er damit die drei spielt auf dieser diagonale schaut es droht springer schlichter fünf vier in vielen varianten den springer ablenken der springer a5 droht hier ganz stark und läufer g5 auch mit angriff auf den springer hier das bricht hier alles auseinander damit die drei ist extrem stark hier stattdessen läufer g5 auch sehr logisch droht eigentlich läufer f6 läufer f6 und springer h5 minimum und hier gibt es einen tollen verteidigungszug von 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 für schwarz und den findet vincent h4 und das alles in zeitnot das war zug 40 der letzte zug vor der zeitkontrolle bomben stark was ist die idee läufer schlichter vier die idee ist damit die damen zu tauschen weiß kann den damen tausch dem damen tausch nicht wirklich aus dem weg gehen wo soll die dame hin damit sie zwei wäre ein versuch aber hier gibt es g5 und plötzlich gewinnt hier schwarz den läufer das geht nicht deswegen dame e3 turm e3 und jetzt turm f3 plötzlich sind wir im endspiel schwarz tauscht den turm ja was soll er sonst machen turm f3 gf3 das endspiel ist besser für weiß er hat ein bauern mehr aber es ist nicht leicht läufer e7 läufer f5 läufer e8 zurück und hier macht sich mal wieder negativ bemerkbar dass level und manchmal etwas zu schnell spielt er hätte schon ein bisschen rechnen sollen springer e4 hier ist sehr stark d6 und f6 attackieren es gibt ja eine forcierte variante springer schlicht d5 deswegen läufer e7 springer e7 und springer d6 weiß behält den mehrbauern und das endspiel sollte eine technische gewinnstellung das sollte eine technische gewinnstellung sein und der b4 ist extrem schwach der läufer wird irgendwann wegziehen und den b4 wird der springer irgendwann angreifen wobei er auf d3 landen müsste der könig kommt dran hier völlig problemlos und weiß dann natürlich den c bauern als freibauer das war eine sehr gute fortsetzung aber levon was machte er macht läufer f6 und das ist ein dicker fehler warum gibt er seinen guten läufer da ab na ich verstehe hatte natürlich angst vor springer schlicht d5 und deswegen hat er läufer f6 gemacht ja springer e4 ist aber stärker ok läufer f6 läufer f6 f4 verhindert läufer e5 g6 springer e4 läufer e7 läufer c8 f5 vertreibt den springer springer f2 der möchte jetzt nach d3 die schwäche b4 attackieren hier hat schwarz zwei möglichkeiten entweder über laufer über f6 nach c3 den bauern decken oder über d8 nach a5 scheint ähnlich von ähnlichen wert zu sein läufer d8 springer d3 läufer a5 und diese stellung hier scheint eher gemiet zu sein als gewonnen das lauferpaar ist sehr stark die stellung ist ziemlich verrammelt und die frage ist wie soll weiß hier fortschritte erzielen es geht weiter mit könig g3 könig g7 könig f3 könig f6 spätestens hier sollte weiß wahrscheinlich h4 spielen warum ganz einfach um schwarzes g5 aus dem spiel zu nehmen denn wir werden jetzt in der folge mehrere möglichkeiten haben wo schwarz g5 spielen kann unter vier schwächt ja weiß nicht verhindert g5 und den bauern nach vier kann schwarz sowieso nicht vernünftig angreifen stattdessen spielt weiß jetzt so ein bisschen hin und her läufer e6 könig e7 könig e2 könig f6 läufer c8 könig e7 läufer a6 läufer f7 läufer b5 könig f6 so ein bisschen hin und her und jetzt h4 von weiß deswegen müssen wir noch mal zurückgehen es gab nämlich eine stelle hier vincent hätte sich hier durchbringen müssen zu g5 an der stelle hier der zug ist insofern logisch weiß schwarz hat das lauferpaar und wir wissen das lauferpaar ist stark wenn die stellung sich öffnet und mit g5 öffnet schwarz die stellung die haupt variante geht weiter mit f g5 könig g5 c5 was sonst irgendwann muss weiß c5 spielen in dieser stellung c5 läufer h5 schach und plötzlich ist der weiß fällige läufer aktiv weiß hat die schwarz hat die stellung für den läufer geöffnet könig d2 schlagen auf c5 springer c5 läufer b6 springer d3 und hier f4 sehr stark und plötzlich hat schwarz hier ein riesen freibau und das ist hier das ist ausgeglichen letztendlich springer b4 geht nicht wegen läufer a5 die fesselung ist hier super unangenehm könig c3 läufer e2 und f3 kommt hier also hier hat schwarz also hier steht schwarz wahrscheinlich sogar klappt vielleicht sogar besser stattdessen h4 schach ablenken der könig muss nehmen springer e4 läufer f3 zurück und das wird remi zu wenig material der könig geht zurück und das lauferpaar ist hier stärker als läufer und springer das kompensiert den minus bauern also g5 hätte schwarz spätestens an dieser stelle spielen sollen ich weiß nicht ob es auch vorher ging hier ich muss mal kurz gucken an der stelle hier an der stelle g5 hier ich frage mich auch was auch an dieser stelle ging ja auch hier g5 ist auch eine möglichkeit hätte auch spielen können stattdessen hat er sich etwas zu passiv hier verhalten und dann spielte halt levon irgendwann h4 im 59 zog verhindert g5 ok könig e7 könig f3 könig f6 springer hat f2 läufer c5 springer h3 läufer d4 springer g5 gut letztendlich war es nicht so schlimm dass vincent g5 nicht gespielt hat weil auch in dieser stelle was droht erstmal gar nichts springer f7 ist keine drogen weil dann ein endspiel mit ungleichfarbigen läufern entstehen würde was tot remi ist schwarz wartet ab könig e7 läufer a6 läufer b6 läufer c8 ok und hier findet weiß noch eine idee läufer c8 starker zug was ist die idee von weiß hier ergreift den bauern f5 an und jetzt kommt die idee h5 plötzlich ins spiel und das hätte schwarz verhindern können mit könig f6 denn f5 decken damit h5 nicht möglich ist und nach läufer e6 das war die zweite idee von weiß den läufer attackieren einfach zurück nach e8 und diese stellung hier ist überhaupt nicht klar wie weiß fortschritte erzielen will h5 geht ja nicht den schlagen wir einfach f5 ist gedeckt und obwohl der läufer auf e8 ganz schlecht steht er hat überhaupt keine züge haben wir noch den schwarzwerten läufer der genug züge machen kann er kann nach c5 a7 er kann überall hin d4 der kann natürlich ziehen das heißt weiß kann hier seinen gegner nicht austempieren in zugzwang bringen weil der schwarzwerte läufer natürlich ziehen kann natürlich hätte jetzt hier weiß weiter gespielt und wahrscheinlich den springer wieder umgruppiert na und das wäre super weit super lange noch weiter gegangen aber läuft hat läufer e8 hier war leider ein fehler es erlaubt nämlich jetzt h5 das hat level natürlich auch gesehen gehabt und jetzt steht weiß wahrscheinlich auf gewinn es gibt hier zwei möglichkeiten für schwarz entweder man zieht läufer d4 und lässt hier den bauern erst mal am leben und hofft vielleicht auf hg6 läufer g6 und h6 ist vielleicht nicht so stark aber vincent nahm raus gh5 läufer f5 läufer d4 springer e4 läufer f7 läufer h7 und das das ist aber gewonnen hier läufer e8 könig g3 wie ist es gewonnen werden sehen läufer f7 könig h3 läufer e8 f5 der springer auf e4 steht optimal deckt das feld f6 der könig kann da nicht hin und weiß kann jetzt läufer g6 spielen gleich und könig a4 läufer b2 läufer g6 ja wegnehmen bringt nichts läufer g6 fg6 das ist easy win könig a4 könig a5 und das bauernenspiel ist natürlich auch gewonnen ich kann nicht läufer f6 spielen hier wegen c5 und ich breche durch hin mit weiß d schlicht c5 d6 könig e6 und hier springer f6 könig f6 d7 könig e7 g7 und einer der bauern läuft durch klassische durchbruchs manöver in der partie geschah noch läufer d7 könig a4 aber jetzt fällt der h5 läufer d4 könig a5 läufer c8 könig g5 läufer e3 schach könig g4 läufer d4 läufer g8 h7 läufer f6 wahrscheinlich kann man jetzt hier einfach nehmen aber weiß fand noch einen überzeugenderen weg läufer g8 und hier gab vincent auf der läufer geht nach e6 gleich der andere der läufer auf c8 hat keine felder und wahrscheinlich kann weiß dann im könig über h5 nach g6 eindringen und f6 spielen irgendwann oder dann läuft der bauer durch ja ziemlich bitter die niederlage für vincent keimer in dieser partie finde ich weil er einige chancen ausliest dynamisch im mittelspiel sogar auf vorteil zu spielen finde ich ein bisschen zu passiv verhalten manchmal er hat eigentlich super gespielt nach der eröffnung die a-linie geöffnet dort hätte er auch irgendwann wahrscheinlich eindringen können ein paar nuancen verpasst aber muss natürlich auch sagen levon extrem stark extrem schnell auch gespielt praktisch natürlich an der am brett setzt dann den gegner dadurch auch extrem unter druck und im mensch spiel aber etwas zu schnell läufer f6 und schwarz hatte das remy eigentlich schon in der tasche und dann dieses h5 zugelassen und leider dadurch dann verloren wir schauen mal auf die ergebnisse und die tabelle ich vergesse immer die webseite vorher aufzurufen es gab dann noch eine überraschung magnus karsen verliert mit weiß gegen nordelbeck abdu sattdorf zweite partie in folge dadurch führt abdu sattdorf das turnier an mit vier aus fünf stark drei siege bombastisch giri dreieinhalb aus fünf es gab noch eine weitere entschiedene partie paramak sodel gewinnt hier in jorden van vorrest und van vorrest guckisch und keimau am ende der tabelle mit anderthalb aus fünf überraschend magnus karsen nur auf platz zehn nach zwei niederlagen in folge sieht man selten zwei aus fünf vorne abdu sattdorf wie gesagt giri dahinter und dann packen ananda fabiano caruana und adon jano plus eins ein sie mehrere spieler mit 50 prozent das turnier geht noch lang bis zum 29 januar insgesamt 13 runden fünf runden sind erst gespielt also noch viel viel schach was wir erleben werden challengers hat pausiert und dann geht es noch mal weiter mit der sechsten runde dann gemeinsam am 20 januar ich werde natürlich weiter berichten ich hoffe ihr habt was gelernt und checkt auch meine anderen kanäle aus der biggrey highlights biggrey shorts war eine lange analyse fast eine halbe stunde ich sag tschau tschau vielschade du 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 du